So, dann in diesem Sinne ein herzliches Willkommen nochmal zum heutigen JFD Workshop. Einstieg in die Formationslehre ist das Thema und sicherlich auch ein Aspekt, der für den einen oder anderen vielleicht noch Neuland ist. Noch ein Stück weit unberührte Natur, aber auch für Teilnehmer, die hier schon alte Hasen sind, gibt es sicherlich etwas zu erfahren. Und darum geht es ja auch hier, dass wir bei JFD euch abholen wollen im Rahmen unseres Contents, wo wir auch allerlei zu bieten haben. Schaut es hier immer wieder rein bei den Webinaren und Events, sozusagen hier immer zu sehen, was für tägliche Livestreams wir hier abfahren, beziehungsweise ohnehin eben der Webinar-Content, wo wir hier wirklich reichhaltig etwas aufgefahren haben. Morgen gibt es dann auch noch den Live-Trading-Room zum Beispiel, der dann insbesondere, wenn Markus Kleber auch wieder am Start ist, täglich stattfindet. Also man kann hier immer über die Schulter schauen und ich selbst, wie gesagt, ja auch schon lange am Start und freue mich hier sozusagen auch die Revolution von JFD weiter mitzuerleben. Denn einst ein Broker, jetzt die JFD Bank hier am Start, insofern mit der Übernahme der Wertpapier Handelsbank sozusagen auch den nächsten Schritt getan. Ich will gar nicht so viel der Worte verlieren. Schaut es euch einfach auf unserer Website um, gerade wenn es eben um Trading geht. Echter Aktienhandel, ansonsten 8 Anlageklassen, über 1500 Assets. Da gibt es schon gut was zu erforschen und auch zu handeln. Darum, gerade in der Formationslehre auch, geht es darum, interessante Setups zu finden und sich nicht auf ein oder andere zu fokussieren. Beispielsweise das DAX, das Kind sozusagen, sind die Deutschen. Ja, jeder will den DAX handeln. Ganz klar, obgleich dieser natürlich, ich will sagen, manchmal kaum zu bändigen ist oder einer gewissen Lethargie verweilt. Soll heißen, hier lohnt doch durchaus mal der Blick nach rechts und links, um eben auch hier über den Tellerrand zu schauen und da gibt es wirklich, wie gesagt, genug Assets und Anlageklassen. Neben dem dann hier auch der Investieren-Button natürlich für euch die Möglichkeit bietet, sozusagen passiv das Geld von Algorithmen und Tradern verwalten zu lassen im Rahmen unseres Mirror-Tradings. Aber auch hier in Zukunft unsere Vermögensverwaltung hier sogar noch eigene Produkte offiziell macht, die wir auch schon seit einigen Jahren haben im Hintergrund. Die wollen wir jetzt durch die Bank auch so ein Stück weit noch nach vorne bringen. Ja, jetzt habe ich direkt angefangen hier sozusagen loszulegen. Ich will auch gleich mal die Slides starten, habe hier so an die 120 am Start, das heißt, das geht gut durch. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß es nicht, rund 30, 20, 25 sind es am Ende des Tages. Die wollen wir uns so ein Stück weit jetzt nach und nach erarbeiten, um eben das Thema zur Formationslehre so ein Stück weit aufzubauen, euch abzuholen an der Stelle und dann eben hier, wenn Fragen sind, möchte ich gleich anregen, nutzt den Chat. Ja, dafür ist er da. Insofern, dass ihr hier mir Fragen stellt jederzeit, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt. Ansonsten schiebe ich die Frage auch gern zum Ende hin und insofern wichtig, dass ihr auch immer, wie gesagt, auch ein Stück weit die Interaktion nutzt, die ihr ein solches Webinar bietet. Ja, ich meine eine Berieselung ist sicherlich angenehm. Ich weiß auch, dass viele Leser in Social Medias oder Blogs und dergleichen immer passiv dabei sind, überhaupt kein Thema. Aber Wachstum generiert man am besten eben durch Austausch, durch Kommunikation auch. Insofern, wenn ihr hier sozusagen an den Start gehen wollt, dann scheut euch nicht, die Tastatur zu nutzen. Ulrich schreibt gerade keinen Ton. Das scheint wieder ein Problem zu sein, weil, wie gesagt, die Bestätigung kam vorhin schon rein von einigen Teilnehmern, dass der Ton da ist. Das Bild auch zu sehen. Insofern freut es mich. So dann, heute jetzt zum Einstieg in die Formationslehre. Hier unten seht ihr auch noch den Punkt, JFD Workshop Teil 2 des Konzepts. Was bedeutet das? Dazu komme ich dann gleich mal in den nächsten Slides, weil ihr wisst das wahrscheinlich, ich selbst bin ja schon, und hier übrigens auch noch mal ein kurzer Slide zu mir, seit einigen Jahren an den Märkten aktiv, um nicht zu sagen bald schon zwei Jahrzehnte. Und am Ende des Tages ist es eben so, dass ich mir mit der technischen Analyse hier tatsächlich eben auch ein Stück weit ja Tiefe verinnerlicht habe im Rahmen des Marktverständnis. Keine Frage, man braucht fundamentale Kennzahlen, ob das jetzt Forex oder Aktien sind. Man muss über den Tellerrand schauen und auch natürlich sozusagen das geopolitische und finanzpolitische Umfeld ein Stück weit im Kopf haben. Das ist gerade die große Herausforderung meines Erachtens auch am Finanzmarkt, weil man sich einfach ja ein Stück weit am Puls der Zeit auch bewegen muss, informiert sein muss, um eben auch hier werden, je nachdem wie man orientiert ist, gewisse Trends frühzeitig zu erkennen und dergleichen. Also ist es spannend. Auch die Kryptobranche schlägt hier rein, dass man einfach hier Wege hat, um Neues zu entdecken, Neues zu erschaffen. Und natürlich der Kapitalismus im Sinne des Wachstums und der Forschung und Entwicklung treibt sich natürlich weiter immer voran und das ist ein sehr, sehr spannendes Umfeld. Nichtsdestotrotz geben einem eben die Charts den absoluten Blick auf das Thema der Massenpsychologie. Okay, so schön die fundamentalen Rahmendaten sind oder auch Tesla Motors schwarze, schwarze, schön wäre es, rote Zahlen schreibt oder andere Hightech-Unternehmen, die sind trotzdem milliardenschwer bewertet. Die Frage ist, warum ist das so? Weil man eben an der Börse die Zukunft handelt und das sich nicht immer alles fundamental begründen lässt. Zumal die Price Action, hier seht ihr mal kurz einen kleinen Einblick in meine TA-Werkzeuge, für mich das A und O. Das heißt, der Preis, die Preiseffizienz, das was der Markt ist bereit zu zahlen für eine Aktie, für einen Rohstoff oder für einen Währungspaar, das ist der Wert, der momentan sozusagen sich spiegelt. Und das ist das Spannende, da man hier mit der Chart-Technik sozusagen die Massenpsychologie einfangen kann und hierbei eben auch gerade die Formationslehre ein wichtiger Punkt ist, weil man eben das klassische Setup von Wiederholungsmustern fährt und wiederkehrenden Prozessen. Das ist etwas, wo ich auch hier im Weiteren die Saisonalität sehr, sehr liebe. Dazu kann ich dann zum Ende hin auch noch ein Stück weit was zeigen. Das heißt, ich bin ein großer Fan von Saisonalitäten und Zyklen, also wiederkehrenden Mustern, Wiederholungseffekten, nicht nur in der Price Action am Chart, sondern eben auch von, sage ich mal, Rahmenbedingungen, die sozusagen auf Jahre und Jahrzehnte Basis sich sozusagen wiederholen lassen. Ja, das werdet ihr ja auch kennen, sozusagen den Sell-in-May-and-Go-Away-Effekt und im Oktober zurückkommen und investieren, beziehungsweise der Dezember als bullischer Handelsmonat bekannt, September die Gold-Indien-Saison und dergleichen, verschiedene Wetterphänomene. Das sind alles Sachen, die man durchaus mit reinziehen muss in die Betrachtung und da bin ich, wie gesagt, ein großer Fan. Ansonsten, wie gesagt, schon seit langer Zeit am Markt aktiv, habe ich auch ein bisschen Schmuck am Nachthemd, ob ich euch gleich sagen will, wichtig ist es, dass ihr einfach wie bei allem ein Stück weit Passion entwickelt und da auch natürlich die Faszination im Rahmen der Chart-Analyse, des Bewertens, des Tradens, des Investierens verinnerlicht. Ja, das soll keine Last sein, das muss einfach Spaß machen, man muss einfach die Zeit investieren, um darin zu wachsen und auch hier zählt das Prinzip der großen Zahlen. Wenn ihr, sage ich mal, beispielsweise 10.000 Shards gezeichnet habt, dann seid ihr da wirklich schon relativ sicher an dem, was ihr tut, dann braucht es auch gar nicht mehr viele Linien, um irgendwelche Setups zu erkennen. So ist es mir zumindest ergangen und ja, ich habe schon mehr als 10.000 Shards bewertet und ausgezeichnet, hätte ich fast gesagt, gezeichnet vielmehr und das ist natürlich das, was mich auch selber antreibt. Ja, und insofern bin ich vom Trading zum Forex-Markt, zum Unternehmen meiner eigenen, sage ich mal, Faszination im Bereich Research gekommen, hier 2008, dann 2013 bei JFD eben noch tiefer eingestiegen, obwohl ich als Freelancer vorher schon hier das ein oder andere Engagement hatte über Lars Gottwig, das CEO eben hier von JFD sozusagen als Bekanntschaft vor der Gründung überhaupt von JFD hier kennengelernt und da hat sich das Ganze weiter verfestigt. Und seit Januar 2016 ersetzt, das bin ich für den deutschen Raum auch zuständig und wie gesagt, neben dem Handel, dem Investieren, ist es mir natürlich auch ein Anliegen, hier JFD nach vorne zu bringen, weil wir als Game Changer hier tatsächlich in der Brokerindustrie schon viel verändert haben und auch in Zukunft den Banking-Bereich ordentlich aufmischen werden. Das ist spannend, wir sind sozusagen der kleine David gegen die großen Goliaths, aber der Erfolg gibt uns recht und insofern kommen wir doch gleich mal im Rahmen des Erfolges zu den Proportionen. Leonardo da Vinci lässt grüßen, Fibonacci, der goldene Schnitt und was es nicht alles gibt, sind natürlich Verhältnismäßigkeiten, die sich auch an der Chart-Technik orientieren bzw. am Chart wiederfinden lassen und eben die Proportionalität. Gerade Fibonacci bin ich auch ein großer Fan von, ihr werdet es das vielleicht wissen. Schade, dass ich das Buch über die Harmony-Pattern nicht selbst geschrieben habe, aber im Jahr 2019 hatte ich auch im Traders schon verschiedene Veröffentlichungen als Serien zum Thema Fibonacci und den Harmony-Pattern und das ist schon sehr, sehr interessant, wenn man die Harmonielehre, also hier gewisse Naturgesetze auch und Wiederholungsmuster auch auf die Charts sozusagen übertragen kann. Und das ist genau das Spannende, dass es hier eben durchaus Verbindungen gibt, die sich jetzt, sage ich mal, über den einfachen Linien-Chart hinaus erschließen. Das ist eben genau das, was ich wieder sage, jetzt schließt sich der Kreis, dass wir hier versuchen, Wiederholungseffekte zu erarbeiten und die gibt es überall. Die gibt es in der Natur, die gibt es bei Maschinen, die gibt es, sage ich mal, im Kosmos, die gibt es am Ende des Tages eben auch in der Chart-Technik und hier die Preise von und für Menschen gemacht, auch wenn Algorithmen mittlerweile da drinstecken, so sind sie doch von uns programmiert. Und sehr, sehr spannend, dass es eben hier sich immer wieder um das Thema dreht der Wiederholung und wenn man da auf Wiederholung geht und ihr eben auch hier zum Beispiel die Chart-Technik kennenlernen wollt und ihr habt vorhin gelesen, Teil 2 zum Konzept der technischen Analyse am Start-Slide, dann geht es eben hier speziell darum, dass es hier eine Abfolge von Punkten gibt, um sauber am Markt einen Chart zu bewerten. Und ich sage euch das Konzept ganz simpel, ich habe ja auch hier bei der Vereinigung der technischen Analysten mein CFDI gemacht, sozusagen da auch viel Theorie gepaukt, ob man das jetzt alles braucht, ob man jetzt wirklich 500 Indikatoren kennen muss, sei mal dahingestellt. Aber wichtig ist, man hat in jedes Töpfchen mal geschaut und hat sich sozusagen, wie damals hier oder vorhin in meinem eigenen Slide zu sehen, die Werkzeuge der technischen Analyse ein bisschen erarbeitet. Ob das ist Heike-Naschi-Sinn, Fibonacci-Pattern oder Saisonalitäten, man hat hier immer, wie gesagt, so eine gewisse Faszination für etwas entwickelt und das lohnt sich auf jeden Fall dann auch zu verfolgen. Beim Konzept der technischen Analyse ist es erstmal sehr allgemein umfassend, wie ihr praktisch an einen schlanken, nackten Chart herantretet. Und da sind wir jetzt beim Punkt 2, denn Punkt 1 ist nämlich die Trenddefinition. Die findet sich hier so ein Stück weit wieder, liebe Leute, aber im Weiteren, nachdem man hier klar definiert hat, da gehe ich ganz kurz auch darauf ein, um euch hier abzuholen, falls ihr den ersten Teil nicht kennt. Und die Trenddefinition ist das A und O. Ohne das geht es gar nicht. Ihr müsst ja erstmal wissen, wo steht ihr denn oder besser gesagt der Chart, der Aktie, des Rohstoffes, des Werkungsfaches, whatever. Aber wo ist das momentan zu finden? Das heißt, ihr müsst eine Trenddefinition durchführen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kommen die nächsten Schritte. Dann kommen wir zum Teil 2, der heute hier Thema ist, nämlich die Formationsanalyse. Dann darauf aufbauend Candlestick-Pattern und auch Indikatoren. Aber erst dann. Ich achte hier nicht auf einen bullischen Garfing oder auf eine Hammerkerze, wenn ich noch nicht mal den Trend kenne oder vielleicht sogar vorher eine Information definiert habe. Und das sind die Punkte, die man sozusagen abarbeiten sollte, wenn ihr jetzt eine Aktie nehmt. Und ganz zum Schluss Verbund der Zeitebenen. Vom Großen ins Kleine, vom Kleinen ins Große, um einfach gewisse Synergien zu entdecken und eben auch hier mit dem großen Trend zu gehen. Das ist wichtig. Und das ist mal das Konzept der technischen Analyse, simpel auf vier Punkte gebracht. Wie man hier vorgehen kann. Das ist jetzt auch nicht der heilige Kral. Es ist einfach nur ein Erfahrungswert von mir, der sich als sehr nützlich erwiesen hat. Man kann das alles noch tunen und verfeinern. Keine Frage. Aber hier geht es erst mal speziell eben darum, dass man sozusagen den Weg kennt, den man gehen soll. Und da steht der Trend ganz vorn. Und dann, wie heute hier im Fokus, die Formationsanalyse. Und hier gibt es hinten die Pattern-Seite. Das ist eine ganz interessante Seite von Thomas Polkowski, auf dessen sozusagen Formationsauswertungen ich mich heute auch beziehe. Der hat nämlich hier tatsächlich Enzyklopädien geschrieben zu Candlestick-Pattern, aber auch zu Schadmustern. Ich habe sie beide bei mir zu Hause. Aber das entwickelt sich natürlich weiter. Und die Pattern-Seite.com hat hier praktisch ein Fundament an verschiedenen statistischen Auswertungen dargelegt, um hier auch Candlestick-Pattern statistisch auszuwerten. Und das ist doch wirklich interessant, weil das ist eben keine Kaffeesatzleserei, wie viele Basher auf die Schadtechnik immer abfeuern. Ja, das ist alles gefährliches Halbwissen, die sich denn damit nicht beschäftigen oder irgendwelches Knochenlesen, was ich da manchmal so gehört habe. Vorsicht, Vorsicht. Wir schauen hier auf die Massenpsychologie, auf die Price Action und das eben komprimiert im Schad zusammengefasst. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Information, die man eben auch technisch auswerten kann. Deswegen gibt es die technische Analyse, die Schadtechnik. Obgleich ich natürlich sage, und das sagte ich auch eingangs, wenn man das zu kombinieren weiß mit eben fundamentalen Fakten, mit gewissen Erkenntnissen, die man sich erarbeitet, ist das sicherlich nur von Vorteil. Okay, aber Formationsanalyse. Wir gehen mal simpel rein, liebe Leute, gleich Feuer frei. Wer Fragen hat, wie gesagt, ich kann nur noch mal anregen, stellt sie mir, wenn ihr hier sozusagen die Freude und die Lust habt. Aber am Ende des Tages lasst ihr euch einfach abholen, was ist Formationsanalyse. Ihr kennt es hier ganz simpel, mal im Linienchart mal dargestellt, die verschiedenen Situationen, die ihr vielleicht auch schon an einem Chart erkannt habt. Klassische Doppeltop, Schulterkopf, Schulter, sehr bekanntes Muster. Drei-Ex-Formation, klassische Trendlinien, die hier auch mit einem Bruch sozusagen überzeugen können. Da kommen wir auch ganz gleich zu einem interessanten Punkt, weil nämlich Trendlinie auch nicht gleich Trendlinie ist. Obgleich hier generell sehr subjektiv in ihrer Darstellung, weil Trendlinien ja nun mal subjektiv zu ziehen sind. Und selbst wenn der Computer algorithmisch die Trendlinien zeichnen, ist man auch nicht immer so hundertprozentig damit zufrieden. Das ist sehr, sehr spannend. Insofern bei Trendlinien ein bisschen Obacht geben. Aber de facto versucht man mit der Formationsanalyse eben hier gewisse Verbindungen im Chart in Hoch- und Tiefpunkten miteinander zu verknüpfen. Und das führt am Ende des Tages eben dann zu Formationen oder zu gewissen, sage ich mal, Chartmustern, die sich dann ableiten lassen und die wiederum einen statistischen Wahrscheinlichkeitswert in ihrer Folgesequenz aufweisen. Natürlich ist das auch kein hundertprozentiger Faktor, aber wie ich immer so schön sage, einen gewissen Rückenwind hat man dann hier doch, wenn man das ein oder andere Pattern sozusagen, sage ich mal, genauer kennt und auch anzuwenden weiß. So, was erwartet euch heute konkret? Wir gehen jetzt mal rein in die Chartmuster. Worum soll es also um die Muster gehen? Das haben wir uns sozusagen jetzt schon ein Stück weit erarbeitet. Dann eben auch der Punkt, warum ist Chart nicht gleich Chart? Sicherlich auch interessante Fragestellung. Wer jetzt schon mir hier eine Antwort geben kann, den schenke ich mal 10 Free Trades, würde ich mal sagen. Also wer von euch weiß, warum Chart nicht gleich Chart ist, dann mal in den Chat geschrieben an der Stelle. Und im Weiteren erwartet euch jetzt hier natürlich die Unterscheidung von Trendmustern. Da spielt auch die Trenddefinition, also vom Konzept der technischen Analyse Punkt 1 Trenddefinition. Ich muss wissen, wo ich stehe und das ist auch wichtig, um Trendmuster zu unterscheiden. Dazu, wie gesagt, kommen wir und dann zu guter Letzt, meine lieben Leute, Chartbeispiele und Fakten. Da gibt es wie gesagt einiges, auch live jetzt hier. In der letzten Woche hatten wir den US-Dollar, kanadischen Dollar sozusagen analysiert. Hier im 4-Stunden-Chart mit der bullischen Flacke und ja, regelkonform ausgebrochen. Und ich sage mal, das Baby rennt. Schauen wir uns einfach mal an, wie das dann live jetzt auch sieht. Im Weiteren aber Einstieg rund um die Chartmuster. Übrigens, Namensvetter, das sind natürlich erstmal Siegfried an der Stelle auch, Linien, Kerzen, Bauschatz, nah dran. Aber hier, sehr gut. Olaf, das war mal ein Treffer. Da müssen wir uns nochmal kurz schließen, wie wir das Ganze lösen, was ich jetzt in Aussicht gestellt habe. Aber Einstieg rund um die Chartmuster. Ich will mich hier kurz halten, weil, wie gesagt, die Zeit schreitet voran und manchmal verliere ich mich ein bisschen in der Philosophie der Charts. Aber Chart-Technik für mich ist im Nachgang eben das, was die Price Action, wie schon dargestellt, eben veranschaulicht und eben hier das Spiegelbild der Marktteilnehmer ist. Man sieht nichts so auf den Punkt gebracht, wie auf den Chart, was eben hier der aktuelle Fair Value von irgendeiner Aktie ist. Und das ist genau das, worum es sich eben dreht und warum ich auch auf die Chart-Technik schaue. Wozu ich aber auch hier im Nachgang sozusagen meiner Erkenntnisse Ende der 90er Dotcom-Blase und eben dann der Hysterie und auch großen, ich will nicht sagen Depression, aber die Dotcom-Blase, als sie geplatzt ist, sind ja die Aktienwerte vom neuen Markt damals buchstäblich zusammengebrochen. Und dann musste man so ein bisschen die Scherben zur Seite räumen und erst mal schauen, wie der Markt eigentlich einzuordnen ist. Und ich habe eben gesehen, dass die Profis eben doch so auf so Linien achten. Und da bin ich eben dazu gekommen, mir autodidaktisch die Chart-Technik beizubringen. Da gab es sowas wie heute gar nicht, solche Webinare sensationell. Es gibt natürlich auch viel Content, klar, aber man muss sich so ein bisschen einfach rausziehen, was man mag. Und auf den Punkt gebracht, eben Massenpsychologie und das Tauziehen der Gefühlswelten. Nirgendwo anders wie eben hier am Chart hat man auch die Phasen der Euphorie, der Gier oder im Umkehrschluss dann der Panik und wiederum Angst so ersichtlich wie am Chart. Erinnert euch den Bitcoin 2017, Ende des Jahres, wo der hier täglich fast 20, 30 Prozent hochschoss. Dann hier knapp die 20.000 Dollar Marke und da ging es schon wieder um Preise, um 100.000 Dollar je Coin und dergleichen. Aber ich muss zugeben, die Kryptos laufen charttechnisch sehr, sehr schön. Also man hat hier wirklich Chartsequenzen, die man sich aufrufen kann, die wirklich eindrucksvoll ablaufen. Auch nicht jede, ganz klar. Zuletzt gab es eben auch einen Einbruch beim Bitcoin zum Beispiel, den ich jetzt gerne hätte noch weiter tiefer gehen sehen. Dann gab es aber hier Ende Oktober eben so ein Movement auf der Oberseite. Klar, dass es nicht immer hinhaut, aber mit Bruch damals der 6.000 Dollar Marke ein riesiges Verkaufssignal mit über 40 Prozent Abwertungspotenzial generiert und dann auch abgeliefert. Das war wirklich spannend. Also auf den Punkt gebracht, Preis-Action bei Aktien sogar noch die Umsatzverläufe sind nichts anderes als, ding, 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 jetzt muss es reinkommen, jawohl, Ausdruck menschlichen Verhaltens. Ja, und da ist es eben einfach so, dass wir hier tatsächlich über die Punkte eben Euphorie, Gier, Panik und Angst sprechen. Das immer, wie gesagt, ist das Tauziehen der Gefühlswolken und nichts anderes spiegeln die Charts wieder. Und das will man genau auch darstellen. Aber Chart ist nicht gleich Chart. Jetzt ist die Frage sicherlich von den einen oder anderen, warum ist das so? Ich zeige euch hier mal einfach zwei ältere Charts. Und der eine oder andere wird vielleicht sich darüber auch noch gar keine Gedanken gemacht haben, aber es gibt eben hier den Unterschied zwischen linearen und logarithmischen Charts oder hier halblogarithmisch, weil die Preisachse sozusagen eben hier in der logarithmischen Darstellung zu sehen ist. Der Hintergrund ist hier, dass man sozusagen die prozentualen Veränderungen, das ist der Vorteil der logarithmischen Charts, Sie sehen die prozentualen Veränderungen in einem gleichen Verhältnis. Also eine Veränderung von 30 oder 50 Prozent ist immer gleich groß und eben hier in dem logarithmischen Chart ist die Preisachse hier eben logarithmisch dargestellt. Und das macht es eben auch gerade bei langfristigen Charts einfacher Trendlinien zu ziehen und hier eben auch langfristig Charts besser zu bewerten. Das spielt jetzt überhaupt keine Rolle im Intraday-Chart oder auch bei Währungen fällt es noch nicht mal so ins Gewicht, weil die sich jetzt gerade bewahre, eben nicht um 50 Prozent und mehr bewegen. Aber bei allen anderen Assetklassen, Rohstoffen oder insbesondere Kryptos, aber auch Aktien hat man hier exponentielle Unterschiede, wenn man eben hier von linearen auf logarithmische Charts umstellt. Und die Profis kann ich an der Stelle gleich mal durchruten, verwenden hier zum Beispiel logarithmische Charts. Warum? Weil zum einen das Ziehen von Trendlinien einfacher ist. Das ist einfach de facto hier schon mal sehr, sehr offensichtlich. Und dann gleich noch mal ein zweites Beispiel. Hier die Geschichte, jetzt haben wir die Seiten mal getauscht, um das Gehirn ein bisschen frisch zu halten. Jetzt diesmal, oh beinahe, jetzt müssen wir nochmal zurück. Hier sehen wir links den linearen Chart und rechts diesmal logarithmisch. Das ist die gleiche Aktie, aber mit komplett unterschiedlicher Kursdarstellung in Anführungszeichen. Der Kurswert ist der gleiche, nur der Chart sieht eben anders aus. Und das ist eben etwas tatsächlich, dieses Know-how möchte ich euch einfach mitgeben. Es gibt auch viele Fans der linearen Charts, gar keine Frage, aber es ergibt meines Erachtens kaum Sinn, hier den linearen Chart zu verwenden, wenn man denn den logarithmischen nutzen kann. Und gerade insbesondere für langfristige Chart-Analysen, für Big-Picture-Bilder durchaus zu empfehlen. Je kurzfristiger das wirkt, desto weniger spielt es eine Rolle. Im Intraday-Bereich schon mal gleich gar nicht, aber einfach hier für die große Analyse wichtig. Und jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, bevor wir jetzt zur Formation gehen, sagte ich, und kurz noch wieder dabei sein bei mir, dass die Trend-Definition wichtig ist. Und dazu gibt es auch ein eigenes Webinar, einen eigenen Workshop. Wer Lust hat, auch kurz mal hier in den Chat geschrieben, dann können wir die Webinar-Workshops-Reihe zum Konzept der technischen Analyse direkt gern im nächsten Jahr aufsetzen, so dass wir hier tatsächlich im Wochenzyklus oder jeden Monat einen Workshop machen zum Thema der technischen Analyse und dem Konzept dessen eben, damit wir hier in die ganzen vier Punkte, die ich eingangs eben zeigte, einfach mal sauber durchgehen. Und da ist eben der erste Punkt, die Trend-Definition. Und ich mache es jetzt mal ganz simpel, nämlich hier mit der Einteilung von Trends. Relativ simpel ist es natürlich so, ich sage mal kapitalistisches System, dynamische Zahlen, Wachstum, Population, irgendwie ist das alles zum Steigen verdammt. Also ich sage mal zum Wachstum steigen, die Populationen werden größer, dank auch dem Zinseszinseffekt und der Inflation haben wir natürlich hier steigende Zahlen. Das wirkt sich natürlich auch auf die Indizes und die Aktienkurse und dergleichen aus. Und de facto gibt es eben hier schon mal simpel gesprochen einen langfristigen Trend. Der sollte idealerweise von links unten nach rechts oben gehen. Okay, jetzt mal vom Chart betrachtet. Das heißt, wir haben hier einen langfristigen Aufwärtsimpuls, den ich jetzt mal hier simpel mit so einer schrägen Trendlinie darstelle. Dieser Trend ist langfristig und, sage ich mal, lässt sich wiederum in dem Verbund der Zeitebenen auch kleiner stückeln, so dass wir hier schwuppdiwupp mittelfristige Trends definieren können. Das heißt, es gibt Momente, die dann über Jahre, Monate eben hier eine gewisse Sequenz von steigenden Preisen aufweisen. Und dann gibt es wieder mal so ein bisschen das Luftablassen und der Markt kehrt sich um. Das heißt nicht, dass er das im großen Bild tut, aber im kleinen Trendverlauf gibt es eben hier den mittelfristigen Trend. Und der kann eben hier auch durchaus mal nach oben und unten zeigen, obgleich der langfristige Trend generell nach oben zeigt. Dazu dann, wenig überraschend, haben wir kurzfristige Trends, gerade für Intraday-Trader natürlich auch interessant. Das heißt, wo gibt es hier die Impulse, die man denn haben will? Kurzfristiger Natur, wer hier kurzfristig agiert, kann natürlich da auch durchaus schön versuchen, immer wieder die eine oder andere Trendbewegung mitzunehmen. Oder eben hier auch mit einem Aktien-CFT-Short zu gehen oder mit einem DAX-Short oder eben auch Währungen generell auf zwei Seiten spielbar. Das ist wie gesagt alles möglich und eben von jedem Zeitfenster aus unterschiedlich zu bewerten. Aber man muss zunächst erstmal wissen, wie ist denn der Trend in dem jeweiligen Timeframe und wie will ich mich denn wo positionieren? Bin ich rein langfristig, mittelfristig oder kurzfristig orientiert? Und dann liest man eben mehr und mehr den Chart im Detail. Und da kommen wir jetzt mal zur Unterscheidung von Muster. Ja, da ist es nämlich wichtig, welche Muster, kurze Preisfrage, übrigens Edwin an der Stelle danke und auch Clara und auch Christian und auch Thomas und noch zwei, drei andere wünschen sich gern so eine Fortsetzungsserie. Also wie gesagt, danke für das Feedback. Würde ich gern oder mache ich auch gern fürs nächste Jahr mal komplett, dass wir hier einfach mal das Konzept nochmal auflegen. Aber Frage nochmal in die Runde, Unterscheidung von Mustern. Was meine ich denn, wenn ich jetzt von Mustern ausgehe, von Formationsmuster, wie kann ich die denn unterscheiden? Wer hat hier dann mal sozusagen, ich weiß jetzt nicht, wer von den ganzen Teilnehmern schon einem Webinar dieser Art gelauscht hat. Aber für alle Neueinsteiger oder die, die es nicht mehr wissen, mal die Frage an der Stelle, was für Formationsunterscheidungen kann ich denn finden? Wer es nicht weiß, auch nicht schlimm, dafür sind wir ja heute hier, dass wir uns das so Stück für Stück erarbeiten. Und man muss natürlich wissen, dass es eben hier, wenn wir bei der Trenddefinition sind, gerade bei der Formationslehre und den Mustern eben darum geht, was für eine Situation sehen wir denn anhand der Muster? Und da gibt es eben hier die Trendumkehrformation und die Trendbestätigungsformation. Das ist erst mal sehr, sehr interessant. Wir sollten einerseits mal wissen, in welchem Trendimpuls wir gerade stecken, also aufwärts oder abwärts. Und dann kommen hier eben auch charttechnische Formationen, die uns entweder diesen Trendimpuls bestätigen oder schlichtweg umkehren. Und das muss man auch wissen, dass es hier eben Formationen gibt, die andererseits eben eine Umkehr einleiten und andererseits eben eine Trendbestätigung. Und da gibt es, wie gesagt, so Top-Muster, auf die wir uns jetzt mal konzentrieren wollen. Und deswegen schauen wir gleich mal auf die Beispiele für Trendumkehrformationen. Da will ich gleich mal beginnen mit der, also wer weiß es, was ist die bekannteste Trendumkehrformation, die eigentlich schon sicherlich jeder von euch schon mal gehört haben wird. Man liest sie immer wieder und es gibt auch gewisse Marktteilnehmer. Ich nenne hier zum Beispiel auch mal Harald Weigand vom Gottmau-Trader, ist ein großer Fan von dieser Formation oder auch der Rocco Grefe zu teilen. Man sieht sie auch oder man schult sein Auge auch, um solche Formationen zu sehen. Ich sehe sie manchmal nicht so oft, weil ich jetzt nicht der große, sage ich mal, Formationsfan von dieser Formation bin. Aber, liebe Leute, da schießt das gerade rein. Edwin wieder, Olaf, Thomas, René, genau. Ja, Rolf, wunderbar, ihr schießt genau in die richtige Richtung, denn lasst mich das mal kurz darstellen. Das sind mal Beispiele für die Trendumkehrformationen und oben haben wir sie, die Kopf-Schulter-Formation oder Schulter-Kopf-Schulter, wie sie genauer heißt. SKS, das ist tatsächlich eine sehr bekannte Trendumkehrformation und die gibt es auch invers, sehen wir gleich im nächsten Slide bei der SKS-Vielfalt, weil so einfach ist es ja auch nicht. Es gibt ja nicht nur eine Schulter-Kopf-Schulter, sondern es gibt auch Medusa zum Beispiel oder eben andere. Muster in der Kombination bei der Schulter-Kopf-Schulter. Aber das sind mal sozusagen die bekannten Formationen, da gibt es noch einige mehr, aber das sind die, die großen, die auch immer wieder ein Thema sind. Und heute möchte ich auf die SKS und die Untertasse mal kurz eingehen. Und wie gerade schon gesagt, die Schulter-Kopf-Schulter, whoops, ist eben auch in einer gewissen Vielfalt vorhanden. Es gibt eben die klassische, das heißt am Ende eines Aufwärtstrendes, das ist eben auch wichtig zu wissen, die Schulter-Kopf-Schulter sollte am Ende eines Aufwärtstrendes auftauchen. Und eben die inverse, die umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter am Ende eines Abwärtstrends. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier sozusagen auch weiß, die Formation im Trendverlauf einzuorientieren. Die komplexen SKS, sehen Sie, seht ihr hier unten, gibt es noch Schulter-Schulter- oder Kopf-Kopf-Formation. Da ist natürlich auch, ich will sagen, ein bisschen kreativer Spielraum erlaubt. Am Ende des Tages muss auch das Auge geschult werden für solche Formationen, weil wie gesagt, so idealtypisch, wie ich sie auch gleich mal zeigen werde, tauchen sie natürlich nicht immer am Markt auf. Aber man kann sie lesen, man kann sie, ich will sagen, vorherahnen und ein Stück weit eben antizipieren, wenn man denn weiß, mit welcher Formation man es zu tun hat. Und es geht jetzt nicht darum, dass ihr jetzt 50 Formationen auswendig lernen müsst, sondern dass ihr euch nach und nach mit den Großen beschäftigt und dann so ein paar, sage ich mal, Finessen herausfindet, wie man hier sozusagen mit diesen arbeitet. So, und da kommen wir mal zum Chart-Beispiel. Das ist jetzt mal wirklich ein idealtypischer Verlauf, aber um den abzuholen, der sozusagen Einsteiger ist, weil ich vorhin auch die Frage hatte, ob man auch als Einsteiger an diesem Webinar teilnehmen kann. Natürlich, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen viel Informationen sind, soll es natürlich darum gehen, dass ihr euch so ein Stück weit eben auch in das Thema geholt fühlt. Ja, und da will ich euch natürlich an der Stelle auch mal sinnbildlich zeigen, wie so ein super Musterbeispiel aussieht. Und de facto SKS-Trend-Umkehr-Formation am Ende eines Aufwärtstrendes. Einen Aufwärtstrend definieren wir mit einem höheren Hoch, gepaart mit einem tieferen Hoch, ein höheres Hoch und ein tieferes, ein höheres Tief, so rum, jetzt habe ich es meine Güte, um hier sozusagen einen Aufwärtstrend zu definieren. Ja, und das lässt sich schon mal simpel abzeichnen und dann ist das natürlich so, im Rahmen einer Trendbewegung gibt es auch immer wieder Konsolidierung oder Korrekturphasen. Ja, die können jetzt beispielsweise auch dann zu einem Bruch der Trendlinie führen und gelten schon mal als gewisses Warnsignal. Aber de facto haben wir hier im Rahmen dieses Aufwärtsimpulses, dieses neuen Hoch, diesen höheren Tief, dann hier wieder ein höheres Hoch und jetzt natürlich die Idee, hey, jetzt machen wir wieder ein höheres Tief. Aber nein, dann wird der Trend gebrochen und die Frage ist, wie geht es weiter? Da hat man natürlich in der Schartechnik die Situation, dass es dann unter Umständen einen kleinen Boden geben kann, idealerweise nahe des Vorgängertiefs. Und jetzt seht ihr schon hier, sage ich mal, die Verbindung zum Schulterkopf-Schulterbild, zur menschlichen Erscheinung. Denn, schwuppdiwupp, das kann man genau so darstellen. Und idealerweise findet sich dann sozusagen das Tief der letzten Bewegung an oder im Bereich des Tiefs der vorherigen Bewegung. Und dann hat man hier sozusagen diese Nackenlinie. Und das, meine lieben Leute, ist mal eine idealtypische Schulterkopf-Schulterformation, die auch mit einer schrägen Nackenlinie zum Beispiel noch interessanter wirkt, die ein Stück weit versetzt sein kann. Aber um euch mal zu sagen, wie die eben aussieht, sehen wir es jetzt mal hier in dem Moment recht deutlich. Dann ist die Frage, wie geht es weiter? Schulterkopf-Schulter-Trendumkehr? Naja, nun, wir haben hier schon den Trendlinienbruch gerade gesehen und eigentlich sollte der Preis wohl nach unten gehen. Und ja, mit diesem neuen Tief, mit dem Bruch der Nackenlinie, hat man die Situation der bestätigten Schulterkopf-Schulter. De facto kann man aber auch schon unter Spekulationsgründen mit dem Aufbau der rechten Schulter eigentlich schon beginnen, Positionen aufzubauen. Um möglicherweise, Short-Position in dem Zusammenhang, um dann möglicherweise an dem nächsten Abwärtsimpuls teilzunehmen. Sollte die Schulter, wenn man hier spekulativ schon in diese Erholungsbewegung reingeht, natürlich nicht zur Schulterkopf-Schulter-Formation ausarten, sondern hier das letzte Hoch des Kopf sozusagen überwinden, dann hat sich die Formation eh erledigt und der Spekulation wäre ein Ende geebnet. Das heißt hier ganz wichtig, Stop-Loss, Risikobegrenzung, Risiko mit einem Stop-Loss bemessen und ganz klar da auch die Reißleine ziehen. Und hier nicht einfach, und das ist das größte Manko bei vielen Privatanlegern, hier wird irgendwas gekauft und der Stop-Loss entweder gar nicht gesetzt oder so weit himmelweit weg, dass man Chance-Risiko-Verhältnisse hat, die im Negativen liegen. Und das funktioniert langfristig nicht. Wichtig wirklich mit dem Risiko zu arbeiten und auch dafür ist die Chart-Technik sehr, sehr gut geeignet. Um anhand Chart-Technik markanter Magen einen Ausstiegspunkt eben zu definieren. Und bei der Schulter-Kopf-Schulter könnte man sozusagen hier schon in die Schulter reingehen, aber mit dem Bruch der Nackenlinie aktiviert sich eben die Schulter-Kopf-Schulter als Umkehr-Formation, weil eben ein tieferes Tief gemacht wurde. Das heißt, wir haben hier ein Tief, ein tieferes Hoch und jetzt kommt ein tieferes Tief hier mit dem Bruch der Nackenlinie. Und jetzt interessant, in ca. 50% der Fälle gibt es ein Pull-Back oder Rückkehr-Bewegung an der Stelle. Und das ist der Idealeinstieg, um an der Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu partizipieren im Rahmen einer Abwärtsbewegung. Das Ganze kann man auch komplett umdrehen mit einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Rahmen einer Bodenbildung. Sieht das Ganze umgedreht aus, gespiegelt praktisch. Aber auch hier ist dann der Rücklauf an die Nackenlinie sozusagen immer wieder der Einstiegszeitpunkt. Und hier könnte man entweder die Position, falls man hier oben schon an der rechten Schulter was aufgebaut hat, ausbauen oder eben hier mit dem Rückkehr-Impuls einsteigen. Und das Stop-Loss-Level wäre natürlich hier am letzten Hochpunkt, am letzten Reaktionspunkt. Und so kann man sein Potenzial idealerweise berechnen. Und das Potenzial bei Formation ist auch gerade dahingehend interessant, weil man eben durch diese Schadmuster auch gewisse Kursziele definieren kann. Und das hängt damit zusammen, dass man anhand der Vergangenheit und anhand der Erfahrungswerte der Formation eben gewisse Projektionen betreiben kann. Und bei der Schulter-Kopf-Schulter sieht es zum Beispiel so aus, dass man vom Kopf bis zur Nackenlinie diesen Preis-Impuls misst und das Ganze dann praktisch wiederum von der Nackenlinie in die Zukunft projiziert, wo das theoretische Kursziel dieser Formation liegt. So, und wenn wir hier sozusagen diese Preisspanne haben, die sie nach unten abtragen, dann sehen wir jetzt mal, peel mal Daumen, dass der Stop-Loss-Level knapp die Hälfte von dem möglichen Risiko ist. Und wir sprechen hier über ein CAV-Chance-Risiko-Verhältnis um 2, größer 2, je mehr, desto besser. Auf jeden Fall müsst ihr versuchen, mehr als das Doppelte eures Risikos pro Trade zu verdienen. Und dann kann man auch an den Märkten vernünftig arbeiten. Und da ist die Trefferquote auch relativ. Es geht wirklich darum, dass man hier mit guten Chance-Risiko-Parametern arbeitet. Und wenn sie es eben nicht erarbeiten lässt, ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis erkannt, dann lässt man den Trade aus und blickt einfach zu einem nächsten Underlying. Das ist ganz, ganz wichtig, sich hier sozusagen, auch hier wiederhole ich mich gern, nicht in irgendwas zu verlieben. So, das mal zur Schulterkopf-Schulter im Rahmen der Chart-Technik, im Rahmen des Chart-Verlaufs. Jetzt wird es aber nochmal spannend, eben im Rahmen dieser Schulterbewegungen, die jetzt idealtypisch sind, aber das Ganze jetzt sozusagen verknüpft, ihr seht hier die blinkenden Pfeile, mit diesem, was wir hier unten sehen, nämlich den Umsatzverläufen. Das ist bei Aktien gerade hochinteressant, dass man hier, und das ist wieder das Ausdruck des menschlichen Verhaltens, neben dem Chart, auch hier die Umsätze der Aktien analysieren kann. Und natürlich steigende Umsätze bei steigenden Preisen sind hier schon mal ein sehr guter Anhaltspunkt, obgleich wir hier schon wieder sehen, im Rahmen dieser Aufwärtsbewegung, dieses Musterbeispiels, und das findet ihr auch tatsächlich bei den Aktienwerten in der Tat so. Forex ist ein OTC-Markt, dort gibt es keine Volumenangabe. Das macht das Ganze ein Stück weit spekulativer und schwieriger, wenn man denn mit Volumen arbeiten wollte. Genauso bei Rohstoffen, es gibt natürlich die Future-Märkte, aber ich sage mal, es ist nicht so wie vergleichbar mit den Aktien, dass man hier sozusagen die Umsatzverläufe rannehmen kann. Das gilt jetzt also hier speziell für Aktien, muss auch nicht sein. Der Chart hat schon genug Informationen an der Price Action, aber mit dem Umsatzpart könnt ihr gerade bei Aktien noch hervorragende Rückschlüsse ziehen. Denn bei der Schulter auf Schulter zum Beispiel interessant, wenn der Kopf ausgebildet wird, zumindest die Aktie ein neues Hoch macht, die Umsätze aber nicht auf demselben Niveau oder höher sind wie bei dem letzten Bewegungshoch, dann ist das schon mal ein Warnsignal. Und dann, sehr, sehr spannend, gehen die Umsätze eben hoch und zurück und dann mit dem Erholungsimpuls zur rechten Schulter steigen die Umsätze auch wieder nur geringfügig. Man sieht also hier eine fallende Umsatzentwicklung. Und dann mit dem Durchbruch, mit der Nackenlinie, Charttechnik lässt grüßen, viele Stop-Marken werden hier gerissen, springen auch die Umsätze schon wieder an und dann nicht bei steigenden Preisen, wie hier zu Beginn der Trendbewegung, sondern in dem Fall bei Kursverlusten springen die Umsätze an und das ist ein riesen Warnsignal, sodass eben hier viel Volumen abgeladen wird und die Aktie sozusagen tatsächlich eine Trendumkehr einleiten könnte. Dann spannend, im Rahmen dieser Erholungsbewegung des Pullbacks fallen die Umsätze wieder und mit Aufnahme der Abwärtsbewegung steigen die Umsätze im ersten Moment wieder an und sacken dann so langsam aber sicher zurück. Aber de facto sind die Umsätze wirklich eine schöne Indikation, um auch die Stärke einer Bewegung zu bemessen. So, Details zur klassischen Schulterkopf-Schulter nochmal hier kurz zusammengefasst. Diese Auswertung, ich sagte es ja hier mit der Pattern-Site.com, rührend von Thomas Bulkowski her, der das Ganze hier anhand von Tageskerzen, Tagesdaten aus dem US-Aktienmarkt bewertet hat. Hier auch keine Penny Stocks, sondern wirklich nur die hochliquiden Aktienwerte genommen hat und die über viele, viele Jahre, über viele, viele Zyklen analysiert hat und mit diesen Formationen sozusagen betestet, getestet und ausgewertet. Da gibt es, wie gesagt, dicke Enzyklopädien. Das sind wirklich wie so riesige Lexikas. Ich müsste mal gucken, das sind 800, 900 Seiten. Das ist nichts zum Lesen, das ist eher ein Nachschlagewerk, um verschiedene Formationen mal hier sozusagen unter die Lupe zu nehmen. Aber die Fehlerquote der SKS ist gerade bei Aktien enorm niedrig und insofern sehr interessant, mit dieser Formation zu arbeiten. Gerade am Aktienmarkt und wie gesagt, wir bei JFD haben ja den Aktienhandel eingeführt. Ihr könnt bei uns im MetaTrader 5 die echten Aktien handeln. Ob ihr nun Dividenden kassieren wollt oder diese auch ein bisschen aktiver handeln wollt, sei es drum, mit der Schartechnik könnt ihr bei uns, wie gesagt, hier schöne Einstiegszeitpunkte definieren und die Aktienkostenfrei sogar noch als Gimmick handeln. So, zurück zur Formation. Das Erreichen des projektiierten Preisziels eben mit der Abtragung Kopf- und Nackenlinie wird in 63% der Fall erreicht, starker Wert. Deswegen muss der Ausbruch auch nicht zwingend erwartet oder abgewartet werden. Das heißt, ihr könnt schon in Ausbildung der Schulter praktisch reinspringen. Der wahrscheinlichste Rückgang nach erfolgten Ausbruch beträgt 15-20%. Dennoch auffallend viele Pullbacks. Das war die Rückkehrbewegung an die Nackenlinie, um hier nochmal eine zweite Chance zu bekommen. Und jetzt habe ich hier vorne die kleinen Button-Points, sehe ich gerade, die müssten hier nicht sein. Aber ihr seht, wie sich das fortführt. In rund 45% der Fälle gibt es eine zweite Chance für den Einstieg. Und das ist spannend. So, Untertassenformationen. Ihr seht, es geht hier Schlag auf Schlag, aber wir haben natürlich auch ein Stück weit was an Content dabei. Und ich hoffe, wie gesagt, ihr seid noch alle bei mir. Wer hier noch eine kleine Trinkpause braucht, sagt kurz Bescheid. Ansonsten machen wir natürlich jetzt hier schnurstracks weiter. Untertassenformationen auch hochinteressant. Interessanterweise habe ich diese hier beim US-Dollar-Kanadisch-Dollar vor vielen Jahren entdeckt. Und die hat sich mustergültig aufgelöst. Obgleich hier diese, ich sage mal, Preisspitze in der Mitte anhand des Volumens hier jetzt nicht stattfand. Das ist auch wieder eine reine Aktiengeschichte. Aber ich kann euch, wie gesagt, die Währungsentwicklung mal zeigen vom US-Dollar gegenüber dem Kanadisch-Dollar mit dieser wunderschönen Untertasse. Der Knick hier in der Mitte muss gar nicht sein. Hier sehen wir mal die Kursbewegung hier oben mit so einem vorzeitigen Ausbruchsversuch, der wieder relativiert wird. Der muss nicht so stark sein. Der muss auch teilweise gar nicht stattfinden. Man sieht schon hier so ein schönes Rounding manchmal bei Aktienindizes oder auch Währungen, Rohstoffen, wo man einfach sagt, hey, das könnte eine Untertassenformation werden. Denn de facto gibt es eine große Bodenbildung und solche Untertasseninformationen sind nichts für den Intraday-Chart. Das sind Geschichten auf eher Monatsbasis angelegt. Das heißt, man muss wirklich einen langfristigen Zeitpunkt mitnehmen oder auch haben, um so eine Bodenformation überhaupt zu entdecken. Das ist, wie gesagt, nichts für den Intraday-Bereich. Aber sieht man hier eine schöne Bodenbildung, dann kann man sich so ein Stück weit, wenn das so eine Art Untertasse ist, dann darauf vorbereiten, dass sich hier irgendwo so ein kleines Tableau bildet, so eine kleine Plattform im Rahmen dieser Erholungsbewegung. Und man dann sozusagen im Rahmen dieser Plattform, wenn vorher ein Ausbruch stattfand, man hier ganz klar ein Trigger-Level auf der Oberseite hat. Aber die Untertassenformation, wenn sie sich so schön tatsächlich wie eine Untertasse entwickelt hat, sich dann im Rahmen dieser Plattformausbildung hier nach oben auflösen sollte und dann einen Trigger bildet, wenn der vorzeitige Ausbruch überwunden wird, Schrägstrich, wenn diese Seitwärtskonsolidierung nach oben aufgebrochen würde. Und das ist, wie gesagt, ganz, ganz spannend. Und da gehe ich jetzt mal direkt in den großen Live-Chart rein. Entschuldige, dass ich jetzt mal kurz die PowerPoint abbreche und zeige euch das hier anhand des Wochen-Charts vom kanadischen Dollar. Da haben wir sie. Das ist die Untertassenformation, die sich hier im Jahr 2009, 2010 sozusagen ausbildete. Man sieht hier eine gewisse Unruhe, aber man sieht sehr schön, wie sich hier der Boden ausbildet. Das ist auch wieder ein Stück weit, ich will sagen, es liegt immer im Auge des Betrachters, aber man muss natürlich hier auch schon ein Stück weit mutmaßen, was passiert denn hier eigentlich? Und auch gewisse Sachen miteinander kombinieren. Und da sehen wir eben einen großen Abwärtsimpuls, ein Stück weit eine Bodenbildung, die dann auch hier sozusagen ihren Anlauf nach oben nimmt. Dann hat man hier noch schöne Horizontalzonen, hier sogar auch einen vorzeitigen Ausbruchsversuch. Und hier sieht man interessanterweise, wie das Level, das war damals hier so um die 1,070 nach oben aufgelöst wird, oder vielmehr das Währungspaar dann tatsächlich weiter sich nach oben schiebt und hier sozusagen die Plattform bildet. Hier dieses Szenario der Plattform und sehr schön, hier ließ sich sogar eine schräge Trendlinie einzeichnen in den Chart, um sozusagen hier dann auch an dieser Unterstützung knapp um 1,070 hier tatsächlich das Währungspaar einsammeln zu können. Und dann hat sich das Währungspaar wirklich aufgemacht hier in Richtung frühere Höchststände. Das war wirklich hochinteressant und interessant auch hier, das ist wieder die Chart-Technik, dass es hier im Bereich um 1,40 dann erst mal Schluss mit lustig war und auch im Bereich dieser früheren Preise hier aus 2003, dann hier im Jahr 2016 das Ganze sein Hoch fand. Das ist halt wirklich ein Big-Picture-Bild und insofern zurück zum Chart, beziehungsweise zur, Moment, jetzt muss ich mal denselben Chart wieder ab aktueller Folie, genau, zurück zu dieser Situation. Man muss einfach auch ein Stück weit das Chartlesen lernen und auch hier ein Stück weit reinschauen und hinter die Kulissen blicken am Ende des Tages. Also die Untertasse bildet sozusagen hier die Plattform, das Tableau, genauso ist es Olaf, auch als Henkel bezeichnet und dann hat man im Prinzip das Ganze, was dann hier einlädt für einen Umkehr-Trade. Das heißt, die Untertassenformation signalisiert ja hier die Trendumkehr und das Ganze entwickelt sich dann entsprechend nach oben. Statistisch klare Vorteile, wie wir hier sehen, auch zu Beginn natürlich ein lang andauernder Prozess. Hier geht es nicht um Tage oder Wochen, hier geht es eher um Monate. Fehlerquote sehr gering, auch hier der wahrscheinliche Anstieg auf Aktien bezogen 20% und in 36% der Fälle wird das projizierte Preisziel erreicht. Das ist jetzt nicht so viel, aber das projizierte Preisziel ist eben mit dem mittleren Ausbruch sozusagen abzutragen und der findet gar nicht immer statt. Grundsätzlich aber die Formation selber sehr, sehr interessant. Daher aber auch wegen dem geringen projizierten Preiszielfaktor Trailing-Stops verwenden, könnt ihr bei uns bei JFT auch automatisch einstellen, dass sich hier sozusagen nach gewissen Bewegungen der Stop-Loss automatisch nachzieht. Ganz wichtig, Stop-Loss, ich kann immer wieder davon reden, ihr müsst euer Risiko im Griff haben. Das ist das Einzige, was ihr beeinflussen könnt am Markt. Risiko definieren, Trade-Idee ausfändig machen und dann geht es los. So, der Umsatzverlauf ähnelt ebenso einer Untertasse, einer Schüssel und das ist das, worauf es ankommt. Jetzt, liebe Leute, Action Jackson, wir gehen gleich auf die nächste sozusagen Formationsebene und hier sind wir bei den Trendbestätigungen. Ja, wir hatten jetzt gerade die Trendumkehr-Formation, sprich wir haben einen Aufwärts- oder Abwärtsimpuls und dann kommen solche großen Schad-Formationen, die uns dann hier eben eine Trendwende andeuten. Es muss nie kommen, es kann passieren und hier haben wir das Ganze für Trendbestätigung. Spannend, das heißt, wir haben einen intakten Trend, Auf- oder Abwärts-Trend und in diesem Trend gibt es eine Konsolidierungsphase. Das heißt, die Aktie oder das Rohstoffpaar, hätte ich jetzt fast gesagt, Gold zum Beispiel bei uns, XAUUS-Dollar als Währungspaar im Interbankenmarkt, handelbar der Spotpreis, hat man dann hier sozusagen die Situation, dass man in diese Bewegung, in diese Konsolidierung reinkaufen kann, um an einer Trendfortsetzung teilzunehmen. Das ist das Thema. Trendumkehr-Formation hatten wir, jetzt kommen die Trendfortsetzung oder auch Trendbestätigungs-Formationen. Hier seht ihr einige Beispiele dafür, da gibt es auch, wie gesagt, einige mehr. Das sind jetzt mal hier die Tops an dieser Stelle. Flacken und Wimpel bin ich großer Fan von, rechtwinklige Dreiecke genauso. Also so Trendbestätigungs-Formationen gefallen mir echt noch besser als die Trendumkehr, weil diese sind auch so ein bisschen mit Würze gesät. Und interessanterweise haben wir auch jetzt hier beim US-Dollar-Kanadestollar letzte Woche eben die bullische Flagge gehabt. Und hier sehen wir schon die Flaggen, die will ich auch jetzt ein Stück weit beleuchten, im Rahmen dieses Chart-Beispiels wieder. Und zwar zur Linken geht es los. Eine Flagge, was ist der rauflaufende Impuls? Man muss hier mal einen starken Bewegungsimpuls haben. Das Ganze nennt sich Flagge, weil wir hier wieder so ein bisschen ein Sinnbild der Wirklichkeit nehmen. Rahmen, das heißt Fahnenmast sozusagen, Fahnenstange und dann bildet sich letztlich die Fahne aus. Das sehen wir hier sehr schön, eine Flagge. Hier kommt der Fahnenmast und hier kommt die Flagge ran. Da ist auch die Ideologie des Namens dahinter. Das heißt, man sucht so eine Assoziation wie bei der Schulterkopf-Schulter, haben wir hier eben jetzt die Flaggenbildung. Und da muss eine dynamische Vorbewegung erfolgt sein. Das muss dynamisch gewesen sein. Wenn man hier irgendeinen Geplänker hat, einen Mini-Impuls, dann bringt das mal gar nichts. Jetzt idealerweise eben hier ein schöner Aufwärtsimpuls. Dann gibt es hier diese ganz simple Flaggenstruktur. Das kann jedes vierjährige Kind einzeichnen. Das ist noch nicht mal hochwissenschaftlich am Ende des Tages. Aber de facto ist es eben wichtig, dass man sowas sieht, identifiziert und dann am Ende des Tages auch abfeuert. Nämlich dann, wenn diese Flagge aufgelöst wird. Und das wird dann der Fall sein, wenn hier diese Flaggenformation im Rahmen dieses Abwärtstrendkanals gebrochen wird. Oder wenn hier die letzten Reaktionshochs nach oben oder hier in dem Fall tieferen Hochs. Also hier praktisch ein hoheres Hoch. Dann gab es das Tief. Dann gab es ein tieferes Hoch. Noch ein tieferes Tief. Tieferes Hoch. Tieferes Tief. Und das ist eben hier die Konsolidierungssituation. Und dann, wenn der Preis ansteigt und das letzte tiefere Hoch oder insbesondere das letzte Ausgangshoch überwindet. Das ist eigentlich hier der Zähler an der Stelle. Also von der Projektionslehre geht man von diesem Ausgangspunkt des letzten oder des ersten Bewegungsimpulses aus. Das ist das entscheidende Hoch. Und wenn das überwunden wird, dann ist es auf jeden Fall der Kauftrigger. Aber man kann auch schon aggressiv mit Ausbrau aus der Flagge einsteigen. Und hat dann sozusagen hier dieses Gardemaß im Rahmen der Bewertung. Und hier sieht man das Mindestkursziel. Hier ist das Stop-Loss-Level. Man kann auch schon aggressiv in diese Flagge hineinkaufen mit gestaffelten Orders zum Beispiel. Aber de facto hat man hier auch ein recht dynamisches Folgeziel. Das ist auch das Kennzeichen der Flagge. Wenn die auftaucht, dynamischer Vorimpuls, kurzweilige Konsolidierung. Hier rede ich auch nicht über eine große Trendkanalabwärtsbewegung in dem Fall jetzt über mehrere Wochen. Sondern es muss ein kurzfristiger Effekt sein. Das heißt, hier wird kurz Kasse gemacht. Hier werden kurz Gewinne mitgenommen. Aber der Trend ist intakt. Und das findet sich auch entsprechend in der Trendfortsetzung wieder, wenn der Ausbruch kommt. Und dann gibt es eben hier einen dynamischen Aufwärtsimpuls. Kurz hier auch die Umsatzgeschichte bei Aktien. Im Rahmen der Aufwärtsbewegung gibt es steigende Umsätze. Und dann im Rahmen der Konsolidierung fallen die Umsätze spannend. Und mit Ausbruch schnippen die Umsätze wieder nach oben. Hervorragend. Also wenn es so idealtypisch zu sehen ist, dann spricht eigentlich sehr wenig dagegen, dass der Aufwärtsimpuls nicht sich tatsächlich fortsetzt. Garantien gibt es natürlich wie immer keine. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist durchaus gegeben. So, ähnliches Beispiel kommen wir jetzt zum Wimpel. Das ist eigentlich genau das Gleiche wie die Flagge. Nur zeichnet sich die Formation, in dem Fall nicht durch die Flagge, sondern durch einen Wimpel ab. Das heißt, hier gibt es so eine Kontraktion des Preises. Hier im Rahmen so einer Dreieckbewegung dann. Und dann schnürt sich der Preis zusammen. Und auch die Umsätze gehen zurück im Falle einer Aktie. Und dann gibt es auch hier wieder diesen Ausbruchsimpuls. Auch dieser muss dynamisch erfolgen, genau wie der vorhergehende Preisimpuls. Das heißt, man muss hier immer wieder auch da einen starken Aufwärtsimpuls sehen, leichte Konsolidierung und dann muss die Party direkt weitergehen. Und im Rahmen dessen hat man auch hier eine entsprechende Mindestkurszielprojektion. Lasst uns in dem Zusammenhang kurz noch die Details beleuchten. Wie schon von mir dargestellt, dynamische Vorbewegung ist zwingend. Ohne die geht es gar nicht. Der Ausbruch muss sich hier an der Stelle auch dynamisch fortsetzen. Sonst geht es genauso wenig. Ein Prozess von wenigen Tagen, wenn die Formation länger dauert, dann hat man auch entsprechend höhere Fehlerquoten. Rückläufiger Umsatz, wie schon erwähnt, absolut perfekt. Jetzt ist spannend, dass die Flacke statistisch gesehen übrigens der Gewinner im Vergleich zum Wimpel ist. Warum werden wir gleich sehen? Aber hier die Fehlerquote enorm gering bei Long-Setups, bei Short-Setups mit 12 Prozent. Wirklich sehr, sehr gering. Ausbruchsimpuls liegt bei 19 Prozent. Pullbacks 20 Prozent sollten die Dauerhäuser nicht erfolgen. Aber die statistischen Daten, die ihr hier seht bei den Flaggen, sind tatsächlich stärker, weil die Fehlerquoten, und das ist das, wo ich jetzt gleich drauf komme, zum Beispiel beim Wimpel höher sind, wie wir jetzt gleich sehen werden. Schaut euch das an. Die Fehlerquoten sind wesentlich höher. Projektierte Preisziel ist auch weniger. Und insofern statistisch der Verlierer zur Flacke. Also rein statistisch. Deswegen muss ich aber ehrlich sagen, wenn ich einen sauberen Wimpel sehe, handle ich den genauso gern wie eine Flacke. Da mache ich auch nicht wirklich den Unterschied. De facto ist es einfach hier, dass man diese Situation einfach sehr schön ausnutzen kann, wenn sie denn kommt. Und dazu will ich euch kurz in den Live-Shart wechseln, weil wir waren ja bei der Flacke und beim Cut, beim kanadischen Dollar. Und da hatten wir letzte Woche beim Devisenradar-Webinar, übrigens immer mittwochs, hier die Situation, da seht ihr es hier schon im Tagesschart. Gehen wir jetzt mal hier in den 4-Stunden-Chart zurück. So, Dynamo, also wir haben einen Abwärtsimpuls. Hier gab es eine Bodenbildung sozusagen. Und hier deutet sich eine Trendfortsetzung an im Rahmen dieser Umkehrbewegung hier. Also da kann man jetzt ein bisschen philosophieren, warum ist das eine Trendfortsetzungsformation, wenn doch der kanadische Dollar vorher gefallen ist. Für mich ausschlaggebender Punkt war, dass es hier diesen Ausbruchsimpuls gab Ende Oktober und dann hier diese Seitwärtskonsolidierung im 4-Stunden-Chart wohlbemerkt in kurzfristiger Natur. Und dann hatten wir hier genau das Webinar. Und hier bin ich auch reingegangen in einen Long beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Und jetzt kommt es ganz spannend. Ich hatte dieses charttechnische Setup, diese charttechnisch-bullische Formation sozusagen und zeitgleich hier dieses saisonale Setup vom US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar mit Einstiegsdatum 4.11. Das heißt, hier ein saisonales Muster, können wir auch nochmal reinschauen, mit Blick auf die letzten 24 Jahre ganz genau, hat sich hier der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar im Zeitraum, mal kurz kleiner, im Zeitraum vom 4.11. bis 18.11. eben mit so einer Performance entwickelt. Das ist sehr kurzfristig klar, aber ich habe statistisch hier den Rückengewinn gehabt und das Beste, jetzt kommt noch eins oben drauf, hatte ich hier praktisch mit meinem anderen Seasonal Tool und das ist das, was ich eingangs auch darstellte mit den Saisonalitäten, gab es nämlich auch hier das Setup vom 6.11. sogar bis Ende Dezember, ein bullisches Setup über 13 Jahre hier im Rahmen des US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar mit der Möglichkeit hier an diesem Aufwärtsimpuls, der denn jetzt wahrscheinlich vor uns steht, zu partizipieren. Und hier das Spannende, dass ich sozusagen auch da die Brücke schlage, ich schaue mir Charttechnik an, ich schaue mir charttechnische Muster an, aber ich achte auch auf Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel natürlich Leitzinsentscheidungen der US-Notenbank oder aber auch natürlich am Ende des Tages dann eben hier die Price Action und wenn dann eben ein bullisches Setup auftritt, ich ein bullisches, sage ich mal, saisonales Setup habe, dann finde ich das spannend. Und wenn meine beiden Tools hier sozusagen dann auch noch in die Grätsche schlagen, hier ein bullisches Signal auszusenden, dann ist das ganz spannend. Übrigens, für alle, die es interessiert, der Seasonal Bull, ich sage es auch gern wieder an, ich konnte nämlich mit dem Entwickler hier ein Engagement treffen, dass JFD-Kunden hier 25 bis 50 Prozent Preisvorteil erhalten und hier gibt es, wie gesagt, bei der Übersicht nicht nur Währungspaare, sondern ihr kriegt hier ein ganzes Fundament an saisonalen Mustern von Aktienindizes, hier auch länderbezogen, Futures sogar, also es gibt hier eine ganze Brandweite. Schaut es euch das mal an, wer Interesse hat, da einfach mal am Ende des Tages hier bei JFD melden. Da habe ich auch gleich, Moment, jetzt gehe ich nochmal auf die aktuelle Folie, dann gleich noch die Supportangabe da. Da könnt ihr euch, wie gesagt, auch damit mal auseinandersetzen. Jetzt möchte ich aber auch nochmal eine Trendfortsetzungsformation sozusagen definieren, die auch sehr bekannt für viele von euch sein dürfte, denn wir haben hier, Link stelle ich gern rein. Christian, servus an der Stelle, grüß dich, schön, dass du dabei bist. Stelle ich auf jeden Fall am besten gleich mal rein, sonst verlieren wir es wieder. Moment, Moment, ich stelle es mal in den Chat. Könnt ihr euch das mal anschauen und wer da Interesse hat, wie gesagt, unseren Support anschreiben oder direkt mich, meine E-Mail-Adresse gibt es gleich so von den Setups, wie sie denn sind. Und da könnt ihr euch hier ganz klar anschauen, was es sozusagen gibt und welche Vorteile man da erhaschen kann. Wie gesagt, schöner Preisvorteil ist da auf jeden Fall gegeben. So, ab zur aktuellen Folie. Wir sind ein bisschen in Zeitdruck, aber das soll uns gar nicht stressen. Steigendes Dreieck. Wird jeder von euch kennen, hat jeder sicherlich auch schon mal gesehen, sowohl in der Theorie, wahrscheinlich aber auch durchaus in der Praxis. Ganz simpel, auch hier wieder kann jeder, sage ich mal, Grundschüler beziehungsweise wirklich auch schon im Kindergarten theoretisch definieren. Ganz simpel, man hat einen Aufwärtsimpuls, aber es bildet sich am Ende des Tages hier so eine Art Widerstandsbereich. Dennoch gibt es dann höhere Tiefpunkte, sodass sich hier eine Art aufsteigendes Dreieck, geometrisches Dreieck sozusagen hier entwickelt, was aber gekennzeichnet ist durch einen klaren Widerstandsimpuls auf der Oberseite. Jetzt hat man hier genau die Trendfortsetzungsgeschichte, dass dieses Setup darauf hindeutet, dass es einen Ausbruch auf der Oberseite gibt im Anschluss dieser Konsolidierung. Auch hier wieder Kasse machen, beziehungsweise hier entsprechende Gewinnmitnahmen und dann auch interessant bei Aktien wieder hier diese Umsatzrückgänge im Rahmen dieser Konsolidierung und mit Ausbruch, der denn dann kommt, hat man hier eine sehr, sehr schöne Gewinnchance an einer Trendfolgebewegung. Also hier kann man auch Positionen vergrößern, ausbauen im Rahmen dieser Trendfortsetzungsformation, weil eben viel dafür spricht, dass wenn das Underlying hier diese Konsolidierungsformation beendet hat, das Ganze nach oben ausbricht. Vom Potenzial her muss man sagen, hat diese Formation nicht ganz so einen riesigen Charme, wie jetzt hier zum Beispiel die zuvor dargestellte Wimpel-Action. Wir sehen hier relativ simpel, dass man von diesem ersten Ausgangspunkt bis zum Bewegungstief dieser Konsolidierungsformation das Maß nimmt, das Ganze nach oben abträgt und dann hat man hier letztlich sein Gewinnziel. Simple Formation, aber durchaus effektiv im Rahmen einer Trendfortsetzung. Ihr seht das, die Aktie kommt aus einem Aufwärtsimpuls konsolidiert und setzt diesen Aufwärtsimpuls fort. Hier noch ein paar Details nach Thomas Bulkowski. Spannend an der Stelle, dass die Fehlerquote sehr gering ist, dass der Kursanstieg auch wenigstens 20% beträgt, im Schnitt sogar noch wesentlich mehr. Das erreichte projizierte Preisziel, und das ist natürlich stark, liegt bei 90%, ist aber auch darin begründet, dass es natürlich relativ wenig im Vergleich zum Wimpel oder zur Flacke ist. Das projizierte Preisziel ist einfach kürzer, deswegen wird es in der Masse häufiger erreicht. Vorzeitige Ausbrüche gibt es auch, und der Umsatztrend idealerweise fällt während der Formation. Nichts Neues, das ist immer wieder dasselbe Lied, aber wenn ihr eben auch hier Aktien, Trading, Rohstoffe oder auch Währungen handelt, sind die Umsätze nicht definierbar, aber nichtsdestotrotz, solche Formationen genießen dennoch ihre Relevanz. In dem Fall habe ich jetzt auch noch das fallende Dreieck mal mitgebracht, einfach nur, um das mal spiegelbildlich darzustellen, aber hier auch wenig Schmuck am Ende des Tages. Wir haben einen intakten Abwärtstrend, der sich hier aufbaut. Es findet eine Bodenbildung statt. Das anderlein macht aber tiefere Hochs. Insofern gibt es hier auch eine Konsolidierungsphase, welche dann mit Ausbruch oder vielmehr in dem Fall Einbruch auf neue Tiefs dann fortgesetzt werden dürfte. Und auch hier simple Formationstradinglehre. Ihr nehmt die Spanne der Konsolidierung, tragt diese nach unten ab und das ist das erste spekulative sozusagen Kursziel. Sprich nichts dagegen, dass es auch weiter korrigieren kann, aber grundsätzlich hätten wir es an der Stelle dann mal so definiert. So sieht es aus, liebe Leute. Dann hätten wir hier sozusagen auch noch die Details zum fallenden Dreieck ein bisschen schwächer. Aber nichtsdestotrotz nicht weniger schamreich. So, jetzt schauen wir mal auf die Ohr, liebe Leute. Wir sind knapp just in time, wie es so schön heißt. Lasst uns daher mal kurz zum Fazit kommen. Technische Analyse, ein Gruß an eine Basher funktioniert. Man muss sie nur richtig anwenden und man muss auch wissen, wie. Und natürlich, Verzeihung, rede ich jetzt nicht davon, dass hier das der heilige Kral ist, aber man kann und soll die technische Analyse ergänzend zur Auswertung nehmen, um eben hier gute Einstiegszeitpunkte zu finden, eben auch hier, sage ich mal, auch Positionsaufbau zu betreiben bei Trendfortsetzungsformationen oder schlichtweg auch sein Risiko klar zu definieren. Es gibt, das habt ihr hoffentlich auch kennengelernt, gute oder weniger gute Formationen. Am Ende ist es immer wieder ein gesunder Mix. Dann Punkt Nummer 3. Bedienen Sie sich am Ende dem Baukasten der technischen Analyse. Wir haben heute die Formationen gehabt. Es gibt aber genauso gut die Candlestick-Lehre. Es gibt, also ich bin ja großer Fan vom Rainbow Trading, es gibt die Elite-Wählen, es gibt dann verschiedene Indikatoren-Lehren, es gibt eben auch zyklische Muster. Das heißt, die technische Analyse bietet viele Möglichkeiten, um sich sein Setup zu bauen und baut es euch da euren eigenen Werkzeugkasten zusammen, euren eigenen Baukasten, mit dem ihr die Märkte analysiert. Aber vergesst nie, als erstes der Trend, dann Konformationen, dann könnt ihr auf Einzelheiten wie Candlestick und Indikatoren achten und zu guter Letzt müsst ihr die Timeframes miteinander verbinden. Darauf kommt es am Ende an. Und hier auch nochmal ganz kurz der Hinweis, hier zum Seasonal Bull. Das ist eine schöne Kombination mit statistischer Auswertung eben zu verschiedenen Underlyings. Hier habt ihr meine E-Mail-Adresse, da seht ihr den Kundenvorteil. Jeder JFD-Kunde ist schon mal mit 25% dabei. Und wenn es eine entsprechend größere Einzahlung gibt, dann hat man auch einen 50-prozentigen Preisvorteil auf die Preise. Widerrufsrecht und dergleichen gibt es natürlich auch, 14-tage-mäßig. Hier ist letztlich am Ende des Tages genau das Thema, dass man das alles nutzen kann. Ich sage an der Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die reichhaltige Teilnahme. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr mir hier so angenehm gelauscht habt, dass ihr dabei wart. War mir auf jeden Fall eine Ehre, dass ich euch hier abholen konnte. Und ich hoffe, euch neben den technischen Rahmenaspekten auch wirklich hier wieder ein Stück weit Unterhaltung mitgegeben zu haben, dass ihr einfach Spaß daran habt. Ich lebe technische Analyse seit knapp 20 Jahren. Gut, 1999 hatte ich noch nicht so viel damit zu tun. Aber 2002, 2003 fing das an, da habe ich in den ersten Blogs geschrieben und mich eben damit auseinandergesetzt. Und wie gesagt, jedem Basher sei erklärt, dass natürlich technische Analyse nicht der heilige Kral ist, aber sie eine hervorragende Ergänzung ist, um an den Finanzmärkten zu navigieren. Ihr solltet natürlich auch navigieren mit dem richtigen Partner, liebe Leute. JFD Bank, Multi-Asset aus einer Hand. Und wir sind eben hier als Partner unterwegs. Lars Gottwig, früherer Rainbow Trader. Ich genauso aus dem Trading- und Analyse-Segment. Wir sind einfach hier am Start, um euch auch neuen Zugang zu geben. Und Just Fair and Direct JFD ist nicht einfach ein Slogan, sondern es ist unsere Firmenethik, meine lieben Leute. Deswegen prüft wirklich, mit wem ihr handelt. Schaut euch unsere Core Spreads an. Schaut einfach das, was der Markt hergibt. Und ich sage einfach mal vielen, vielen Dank auch für das nette Danke, für das super hier zum Ausklang des heutigen Webinars. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, euch die Stunde hier ein Stück weit abholen zu können. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, ich denke, nächstes Jahr werde ich da gerne mal eine Workshop-Reihe machen. Ich habe auch die Idee, dass Rainbow Trading, da gibt es auch eine direkte Seminar-Workshop-Reihe über mehrere Tage, mal weiter konsequent auszubauen und auch wieder ins Leben zu bringen. Weil, wie gesagt, ist mir durchaus ein Anliegen, euch hier auch Tools und Möglichkeiten zu zeigen, wie man an den Märkten hier auch eben navigieren kann. Insofern wünsche ich euch auf jeden Fall einen herrlichen Feierabend hier bei mir. Wenn ich rausgucke, wird es schon langsam so ein bisschen dunkel, sage ich mal, der Abend zieht ein. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne ein Feedback da an unserem Support at jfdbank.de oder .com, wenn ihr mögt. Und ansonsten hoffe ich, euch hier abgeholt zu haben. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Zeit, vor allen Dingen erfolgreiche Trades. Und vergesst nie am Ende des Tages Risiko begrenzen, Chancen definieren und ab geht die Party. Und viel Spaß, viel Erfolg. Ich freue mich auf die Zukunft mit euch, mit allem, die hier mit uns dabei sind. Und insofern, ich gehe gleich offline und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Auf bald, beste Grüße. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020